Hallo, ich bin André, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS-DOOS. Ich möchte euch jetzt unseren Spezialgelenk-Axial-Löseschlüsselsatz vorstellen. Dieser besteht aus vier Teilen, einem Betätigungswerkzeug und drei Einsätzen, mit denen wir den Durchmesserbereich von 30 bis 45 mm an den Axialgelenken abdecken. Die Axialgelenke der Lenkung stellen uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Sie können zum einen rund sein, Sie können vierkant, sechskant, achtkant Antriebe besitzen und all diese Gelenke können wir mit unserem Satz lösen, da wir mit drei Walzen über die Außenfläche der Axialgelenke die Betätigung durchführen. Durch die besondere Bauform unseres Werkzeugs sind wir in der Lage, auch tiefsitzende Axialgelenke an Lenkgetrieben zu lösen. Nachdem wir den entsprechenden Einsatz gewählt haben, gehen wir mit unserem Werkzeug über das Axialgelenk und die drei Walzen werden außen auf dem Axialgelenk festgeklemmt. Mit der besonders schonenden Oberfläche unserer Walzen werden keine Beschädigungen an den Axialgelenken verursacht. Zum Antrieb unseres Werkzeugs setzen wir ein langes Betätigungswerkzeug ein, welches über einen Sechskant mit dem Walzenantrieb verbunden wird und hinten von außen im Radkasten über eine Ratsche direkt angetrieben werden kann oder über einen Schlüssel angetrieben werden könnte. Das Werkzeug dient zum Lösen von Axialgelenken, gleichzeitig aber auch zum Anziehen von Axialgelenken. Dies ist wichtig, da wir beim Anziehen der Axialgelenke immer einen exakten Drehmoment beachten müssen. Durch die Verwendung unserer drei Einsätze können wir auf sehr engem Raum einen Bereich von 30 bis 45 mm abdecken und somit vom Kleinwagen bis zum Transporter die Spurstangen und Längsstangen ordnungsgemäß montieren.